So, liebe Leute, die nächste Mission ist wieder am Freizeit abgeschlossen. Heute ist die neue Mission ein neuer Club. Wir verbinden wir an Denali Research, Millburg und Greenwood. Und das ist eine Route für die 40er Fahrgäste von nach Glenwood, Ebony. Also, eigentlich eine einfache Mission, die kriegt man wahrscheinlich sogar in einer Folge diesmal. So, wir müssen erstmal Busse bauen. Wie ist die Mission? Wie ist die Werbung? Spring Werbung. Okay, warum auch immer. So, anpassen. Werbung. Ich muss mal kurz die auszählen, die rausnehmen, die Vollverkleber rausnehmen. So, Hauptkümer. Zur Brück, Grabung, Spring Grabung. Spring Grabung. Ich mal wüsste, wie die heißt, das zieht. Das ist die, ne? Spring of Perfection, ja. Ja, das ist die Werbung. Äh, Vollverklebung. So. Dann nehmen wir die wieder rauf. Änderung übernehmen. Ja. Gut wechseln. So. Dann haben wir noch einen weiteren Bus. Und anpassen. Werbung. So. Änderung übernehmen. So. Jetzt muss ich mal eine Route erstellen. Ja, lili. Search. Warte mal. Warte mal. Warte mal, warte wo ist denn hier raus. Jetzt müssen wir so ein bisschen mal garantieren. So. Ich will erst mal hier runter. Äh. Der laden ist jetzt. Millbrox. Where is it? Und Greenwood. Ich sag mir nicht, dass Greenwood da oben ist irgendwo. West West Oakwood High Street. Ne, jetzt nicht. Elm Street. We were is it here. 2nd Street. Elm Street. Elm Street. South Mall. Millbrox Square East. Northgate Avenue. Mayfair Avenue. Technical University. Park Plaza Drive. Millbrox Square East. Baytree Church. Amflat Boulevard. South Amflat Boulevard. South Gavilan. South Gavilan. South Gavilan. South Gavilan. South Gavilan. West. Humboldt Street. Greenwood High School East. 6th Street. Geht die High School ein? Greenwood. Greenwood. Greenwood High School. Freeman Street. First Street. Old Police Station. 2nd Street. Erinnerungen übernehmen. so dann haben wir die auch schon drinnen und die fahrgäste mindestens drei stadtteile und jetzt brauchen wir den 15 minuten noch fahren warte mal dafür müssen wir schon wieder einen neuen bus kaufen dann nehmen wir auch kein bus mit und schicken wir nämlich wieder raus wir kaufen jetzt um ein keine sorge wir müssen jetzt für jede gute neuen bus kaufen das war so ein 15 minuten packen und dazu muss ich gut nur muss ich den vergeben halte städte so wenn wir zitaro eine will wir nehmen den links hier 100.000 momental hätte ich ein bisschen kohle an der tasche die sachen da auch irgendwo muss kaufen kann den kaufen wir nämlich auch direkt so gut gekauft so boot wechseln so cetra anpassen werbung brauchen wir nicht gerade äh mein aussehen vollverklebung ich brauche nämlich eine coole vollverklebung für den bus so 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 fahrt so dann hüpfen wir den mal kurz rüber und fahren wir die neue rote rote wählen wir setzen den detra auf diese rote ein als vollzeitpost auf jeden fall so 18 minuten braucht er das heißt wir müssen haltestell wegnehmen ich brauche die noter 15 minuten in 15 minuten so gut ok mit raus die old police station mit raus 13 minuten ja perfekt gut wenn wir die aufgabe ich will die 14 fahrgäste krimonorka oder gebraucht aber die hat renner aus aus Ah, gute Rehe. Jetzt wollen wir die mit rein. Ah, scheiße, ich habe das heute an. Kann ich hier wieder zweitens wieder einbauen? Ja, ich muss sie rausnehmen, warte mal. Ah, sonst hätte es nicht funktioniert. Ja. Greenwood High School. 6th Street. South Mall Baytree Church. Mayfair Avenue Glenrose Avenue. Millbrook Square East. Park Plaza Drive. Park Plaza Drive. Millbrook Square Amphlet Boulevard. Amphlet Boulevard. South Amphlet Boulevard. South Gavillon Way. Emergency Headquarters. Emergency Headquarters. Tilton Avenue. Freeman Street. 6th Street. Ich will eigentlich wo das hin? Old Police Station. Freeman Street. Greenwood High School. Old Police Station. Freeman Street. Greenwood High School. Da gehst du hin. Greenwood High School. Jetzt. Old Police Station. Second Street. Hände rüber nehmen. So, jetzt schläfst du. Gut. Sehr gut. Jetzt haben wir sie einmal komplett. Mein Gott. Ist das ein Akt jetzt gewesen? Northgate. Northgate Avenue. So. Ist das richtig da unten? Northgate Avenue? Das kann doch nicht sein. 3 von 3. Nee, nee, nee. Es ist doch zu früh, oder? Doch. Tatsächlich. Okay. Northgate. Northgate Avenue. Die nehmen sie doch um Seetra, oder? Wo ist eine Seetra jetzt hier? Hier. Hier. Nichts. Alles gut. Ganz schön. Was war das? Es ist viel zu heiß draußen. Es ist viel zu heiß draußen. Na dann, auf geht's. Wir müssen ja die 14 Fahrgäste machen, dann müssen wir schlecht sogar zweimal fahren. Ich muss jetzt ein bisschen Gas geben, wenn man die... Ja, danke schön. Ich muss jetzt ein bisschen improvisieren mit den Haltestellen. Was hab ich denn erwischt? Ja. Ist meine Fahrkarte noch guter? Sehr gut, das könnte sogar werden, wenn die Zeit auch schon erledigt haben. Danke. Danke. So, normalen Fahrkarte. Ich hasse das, wenn sich da Leute davor schummeln. Mein Gott, ey. Ich hab keine Zeit. Verdammt. Ach, davor steht noch einer. Ich dachte, was will der hier von mir jetzt gerade? So, einmal abbiegen hier rechts. Das war 13 Minuten. Laut dem Verstellungsplan sind es 13 Minuten auf dieser Stufe. Hallo. Hallo. Hi. Hi. So, der nächste ganze Stunde. So, der nächste ganze Stunde. Die sehen ja wie kurze Strecke. Der nächste, der hat sich so vordrängelt, ne? Ja. Steffi, mach mal hinein. Mein Gott. Ja, dass der Gaus kommt. Alles gut. Ich bin da ein bisschen gehetzt rein. Ich probisch, ey. Ich bin da ein bisschen gelebgt. Wenn wir die jetzt noch nachher schaffen, sehe ich maximal diese schon auch kurz hin. Sie ist dann mal gearbeitet. Ach, da ist ja ein Vietzbietbus, den wir ja auch gekauft haben. Wir haben ziemlich zeitnah relativ viele Busse geholt, aber wir haben ja sehr scheiß drauf, warum wir die jetzt zu 20% haben von denen, weil die brauchen wir ja jetzt gerade nicht mehr. Wir haben ja nur für die eine Mission gebraucht. Ich weiß nicht, ich habe jetzt auch die zweite halbe Busse noch dazugeholt. Ich fahre jetzt bewusst mal Limit da, weil ich hoffe, dass wir jetzt hier geblitzt werden. Ich habe schon zu viel Scheiße gebaut. So, es war Skavelin Bay, dann ist die nächste Route durch. Und dann haben wir so fast zu erinnern, aber die Mission sogar schon, weil wir die kurze Zeit geschafft haben. Sehr cool. Oh, das habe ich jetzt auf die Scheiße gemacht. Ich wünschte, dieser Tag würde niemals auf die Scheiße gesetzt. Einmal zu sehen. Ich gehe nicht erst einmal. Skavelin Bay. Ich bin gerade in der Stadt. Wir sind in der Stadt! Die hier sind im Gäste. Mein Gott! Danke! Ja, fuck up! Ich kann nicht was... Rappen die Krause ziehen. Ich habe von meinem Enkel gehört, dass es einen Hund an der Universität gibt. Jetzt kommt immer alles zusammen. Und neu neu. Hier ist sie. Klar, hier. Ein Schwefarmar und einen Schwarzmacher. Nächster Halt. Green und Halt. Green und Halt. So, Green und Halt. Das ist die nächste Haltestelle. Das ist die nächste Haltestelle. Der hat mich noch nicht gesehen. Der habe ich nicht gesehen, will ich sagen. Es ist so ruhig, aber so. Perfektionell. Die erste Folge von Screening Reflection war echt ein Tiffinger. Die Autoren wissen wirklich die Person. Was ist jetzt ein bisschen Gas geben? Ah, der voll ist hier eigentlich schon. Ja, das kriegen wir hin. Dann haben wir die Aufgabe und die Mission sogar in einer Folge. So geil, sehr geil. Können direkt auf die nächste machen. Also in der nächsten Folge machen wir dann die nächste Mission. Jetzt müssen wir kurz die Aufgabe noch schaffen gehen. Greenwood High School. Greenwood High School. Ein alter Mann aussteigen. Hinter dich der Leid. Greenwood High School. Und? Zeitwerk noch provoziert. Geil. So, jetzt nehmen wir jetzt die Mission. Also vorne. Wir haben es geschafft, die Leute. Die Mission ist... Greenwood High School. Warte, die... Nee, verbinde... Verbinde den Alli, Willburg und Greenwood? Hab ich die nicht? Greenwood High School, please. Aber wir müssen jetzt die Route... Die bauen jetzt wahrscheinlich auf die Route, aber... Haben wir das doch alle. Warte, mach. Park Plaza Mayfair Avenue. Millbrook. Millbrook Square East. Pass jetzt. So, das, das. Da die letzte Erweiterung des Schreckennetzes so gut funktioniert hat, haben Ted und ich eine Idee und einen Vorschlag. Wir arbeiten derzeit gemeinsam an einem Umweltforschungsprojekt, für das die Wissenschaftler von Denali Research Bodenproben von Gold Island und Coyote Bush entnehmen müssen. Die Unterstützung der Umweltforschung durch eine öffentliche Verkehrsanbindung wäre sicherlich gut für den Ruf des Unternehmens. Oh, und der Einsatz von emissionsarmen Elektrobussen wäre noch besser. Jo, das machen wir dann in der nächsten Folge. Die ist auch relativ easy eigentlich, die Mission, die Umweltwissenschaft. Wir brauchen einen Elektrobus kaufen, das müssen wir uns verdienen. Das ist aber nicht besonders schwer. Wie gesagt, den verkauft man für die zwei unserer Buße. Und wir sparen uns auf die Kurs. Wir fahren die einfach. Wir fahren die neue Rute, die wir gerade schlecht haben. Dann bauen wir in Denali Research Gold Island und Coyote den Beispiel einer Rute aus. Fahren die einfach mal. Bauen die aus. Dann fahren wir die Runden hier, die wir gerade erstellt haben. Die 20 Fahrgäste, das kriegen wir ja ohne Probleme nach Coyote und die durch. Die mit Gold Island und Elektrobus kriegen wir auch relativ viel. Also die können wir auch wahrscheinlich in einer Abwelle gemacht. Haben wir das schaffen. Bald. Bamm. Schauen wir mal. Steigen und Tschüss. Beim Bus Simulator. Beim Bus Simulator. Mal gut.